Der Übergang des menschlichen Gesichts in eine Franze, Kolo Zaini, der Mann, der sich zu der Nähe ist. Kommt, in 1905, Kapitalismus bröckelt und Löwchen muss im Baum kommen, doch auf die Welt. San Nikolaus verspricht dem Volk eine Verfassung, denn Revolution, das klaut ihm all sein Geld. Kurz abbreiten wir es herum und in die Arminia. Aserbaidschaner und Arminia steckt nicht gegenseitig ab. Der Zahn organisiert Progrome. Man glaubt die Reduktion für eine jüdische Idee. Eine jüdische Idee. Evolizeum schafft Tradition und Glauben ab. Glauben ab. Totalität, aber angeblich plötzlich Politik. Löffel Politik. Und alles Denkende, Kapitalistische und Selbstbestimmte. Selbstbestimmte. Verlässt Baku und sucht nach der neuen Welt. Ab. Zahn. Ab. Musik Zweiter Autorismus aufeinander Es kommt der Aufschlern bis von etnischem Wort Das Blutfrau ist Ergebnis der Verfassung Denn wie du sagst, dass jeder tun kann, was er will Vorsacken nutzen das als Aufruf zum Arminia-Wort In München planen sich die Gesetze fleißig Sein Vater immer und immer der Revolutionärin Die Stadt der Törerland, Aserbaidschatz Ihr könnt nie in Lieblingskanzler letters Gesicht der Vögerin-Tehren Franzi Der Vöschel-VistusTrägient hat der crying Gesichter Vögerin-Tehren Franzi Der Vöschel-Vistus hat ein Essentätiges Gesicht Gesichter Vögerin-Tehren Franzi Der Vöschel-VistusTrägient hat der crying Und dann zerbricht die Revolution und sind vollerweise am Ende tot. Vielen Dank.